Wobei, wenn wir jetzt wirklich demnächst auch rasten wollen, dann sollten wir vielleicht nicht unbedingt hier bei der Latrine lang gehen. Ja, im Moment, da hast du vollkommen recht. Wir gehen weg und wir gehen nicht zur Latrine. Und hier liegen die Körpermehrer Diebe mit schwarzen Kapuzen. Sie wurden durch einen massiven Ausbruch magischer Energie regelrecht abgeschlachtet. Ja, das hatten wir auch schon gesehen. Also wir konnten es von unserer Zelle aus mitverfolgen, dass sogar ein Dieb von hier rausgelaufen ist, dann irgendeine Falle ausgelöst hat. Das aussah wie ein schreiendes Gesicht im Boden und dann hier erlegt wurde von besagter Falle. Das heißt immerhin, guck nach Fallen. Guck sofort nach Fallen. Und der Hira will die Natur zurückbringen in diesen Kerker. Aber du könntest schon mal irgendwo eine heilen. Die hat ja auch eine Falle abbekommen. Auch wenn das eher ihr verschuldet war. Aber na gut, noch eine Heilung. Gerogon sorgt mal dafür, dass wir alle Schutz gegen Böses haben. Nur für den Fall, dass hier nicht nur Fallen sind, sondern auch Feinde. So, so. Ist momentan noch ein wenig lästig, dass wir es alles einzeln verteilen müssen. Und Gerogon immer hin und her flitzen. Aber das dürften wir später auch als Gruppenzauber noch bekommen. So, also. Immerhin, du gehst bitte vor. Verstanden. Fallensuchenderweise. Aber bisher haben wir noch nichts. Noch mehr Leichen. Und wir hören so ein leichtes Brummen. Da. Die Maschine sumpft vor elektrische Energie. Hm. Sollten wir vielleicht nicht alle so auf dem Haufen stehen, ha? Minsk, geh mal vor mit... Naja, Gerogon und Immokin können vorgehen. Ihr beiden. Du guckst nach Fallen und du beschützt sie. Oh, was war das? Ja, der Sitz wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Die Maschine in der Mitte des Raumes wirkt gefährlich. Vielleicht gibt es irgendeinen Kontrollmechanismus, um sie zu deaktivieren. Und da kam gerade ein Blitz rausgeschossen. Aber er ging nicht auf uns. Geht mal vor. Aha. Was haben wir da? Ein Blitz-Miffid. Gerogon stürmt den Blitz-Miffid. Rest. Rückt nach. Immokin sucht ein Mechanismus. Da. Das einzig andere, was hier im Raum liegt, außer der Maschine und die Leichen. Drückst du mal bitte den. Oh. Dies ist irgendeine Art von Schalter. Vielleicht hört diese von Blitzen umzuckte Maschine damit auf, noch mehr von diesen lästigen kleinen Miffids zu beschwören, wenn man ihn umlegt. Ja, das machst du bitte. Du greifst ihn an, du greifst ihn an, du gehst dahin. Der Reichsschlecht. Wer wohin? Ah, na also. Miffid ist tot. Erfahrungspunkte haben wir bekommen. Die vom Blitzen umzuckte Maschine stellt ihre Tätigkeit ein, sobald er den Schalter umgelegt hat. Ja, sehr gut. Also, hier in dem Raum zu schlafen wäre, also zum einen immer noch viel zu nah an den Gefängniszellen. Und zum anderen ist es ein wenig unheimlich, in einem Raum zu schlafen, wo durchgehend Mini-Dämonen beschworen werden können. Also, huschen wir mal schnell weiter. Wir wollen aber schön wieder nach Fallen gucken, ne? Auf jeden Fall. Was wollt ihr? Auch wenn das jetzt eher nach einer natürlichen Höhle aussieht. Mit Kristallen. Der Raum ist durch seine zahlreichen Kristall- und Mineralablagerungen auffällig. Das seltsame Gefängnis wurde offenbar rund um eine natürliche Höhle errichtet. Wir sind also unterirdisch. Die Luft vibriert förmlich vor Energie. Der äußere Bereich der Höhle wird durch mehrere Becken geschmückt, in denen Lichter tanzen. Jahira, guck dir das mal an. Ihr blickt in dieses Becken und ein Nichts öffnet sich, aus dem sich eisige Tentakel emporwinden, um an eurem Bewusstsein zu reißen und eure Unterwerfung zu fördern. Voll Schrecken bindet ihr den Blick ab. Die Tentakel ziehen sich zurück. Jetzt ist das Becken wieder still und ruhig. Eigentlich sollte Jahira reingucken, weil sie sich mit natürlichen Dingen wohl besser auskennt als die meisten hier in der Gruppe. Aber das wirkte nicht sehr natürlich, was da drin war. Das lassen wir schön in Ruhe. Also weg von den Becken. Wir wollen nicht unterworfen werden. Und gleich die nächste Überraschung. Immuin, seid willkommen. Ihr seid ein wenig später entkommen, als ich gehofft hatte. Ich bin Artagar. Und er spricht Immuin an, weil Immuin momentan am nächsten dran ist. Ah, ich sehe, mit wem ich sprechen muss. Fühlt euch nicht übergangen, Immuin, aber ich bin neugierig, wie Gerugon auf mich reagiert. Hm. Gerugon, ich will euch Fragen stellen. Habt keine Angst. Eher skeptisch. Vor allem, was dich angeht. In einem Raum voller komischer Tentakelwesen in einem Becken. Das Ganze in einem Gefängnis von einem größenwahnsinnigen Magier. Also, hm. Seid willkommen in meinem kleinen Reich in diesem Kerker. Ich versuche es in einem Zustand zu erhalten, der ansprechender ist als der Rest. Also, er ist kein Gefangener. Er hilft dem Magier. Das heißt, wir sollten eigentlich versuchen, ihn zu töten, oder? Ja, wir könnten freundlich sein. Wir könnten ihm eine Barsche Abreibung erteilen und einfach weiterziehen. Oder das hier. Ich bin entkommen. Jetzt frage ich mich, welche Rolle ihr bei meiner Gefangennahme gespielt habt. Weil wir wurden ja irgendwie beeinflusst. Als diese Schattengestalten uns angegriffen haben. Wir wurden benebelt. Das könnte er gewesen sein. Also, fragen wir das. Welche Rolle habt ihr bei meiner Gefangennahme gespielt? Sorgt euch nicht, Girugon. Es hat mir so gefallen, wie ihr durch Baldurs Tor gestolpert seid, dass ich kein Interesse daran habe, euch in Gefangenschaft zu sehen. Also, er hat uns schon eine ganze Weile beobachtet. Schon durch unsere gesamten Abenteuer, durch den ersten Teil. Eure philosophischen Ansichten interessieren mich nicht. Beantwortet meine Fragen oder spürt meinen Zorn. Na ja, doch. Girugon ist ziemlich gereizt. Oder auf Spielchen hat er jetzt absolut keine Lust. Also, beantwortet meine Fragen oder spürt meinen Zorn. Hm, ihr bedroht mich? Das hatte ich gar nicht vorhergesehen. Ausgezeichnet. Was meint ihr mit vorhergesehen? Was schwabelt ihr da zusammen? Die Zukunft. Die Vergangenheit. Die Gegenwart. All diese Dinge und nichts. Sagt mir Girugon. Seid ihr bereit, mir eine Frage zu beantworten? Ein zeitreisender Genie? Warum arbeitet ein zeitreisender Genie für diesen Magier? Und, ne, ich bin nicht bereit, irgendwelche Fragen zu beantworten. Ah, Girugon. Wie üblich. Verlasst ihr euch nur auf euch selbst. Nun, ich hatte nicht wirklich erwartet, dass ihr meine Neugiere stillen würdet. Lebt wohl. Sehr, sehr komisch. Also, anscheinend werden wir in der Zukunft irgendetwas tun, was interessant genug ist, dass Leute in die Vergangenheit reisen, um uns kennenzulernen. Naja, Leute ist weit hergeholt, aber Dinge halt. Wir könnten jetzt zurückgehen in einen Gang, der wieder recht künstlich aussieht oder die Höhlen weiter erforschen. Ich denke, die Höhlen sind die bessere Wahl. Vielleicht finden wir so einen Ausgang. Ja, im Moment. Vielleicht finden wir da einen Ausgang aus dem ganzen Gefängnis. Also eine natürliche Höhle, die dann rausführt. Oder wir finden neue Latrine. Gut, also hier ist eine, da ist eine. Oh, und wir hören Zauberei. Das ist nicht gut. Kommt das von hier? Lasen Goblins. Zumindest einer. Lasst mal die Krieger durch. Du geh nach hinten, du geh nach hinten. Genau, ihr beiden rügelt auf den Goblin ein. Ihr beiden geht da hin und schießt auf den hinteren Goblin. Oh, hier war jetzt kein Zauberer. Gucken wir mal. Ah, da ist noch ein Goblin. Zack, kaputsch. Sehr schön. Ja, und im Moment geht mal die Leichen durch, falls da irgendwas bei ist, was wir gebrauchen könnten. Wie Edelsteine. Edelsteine braucht man immer. Und eine Goldmünze. Aber das war nicht das, was wir gehört hatten. Wir hatten eindeutig Magier gehört, die gemummelt haben und dann irgendwelche Effekte vorgerufen. Naja, denke ich nämlich auch. Im Moment, ich suche nach Fallen. Minz, gehen wir mit nach vorne zu Gerogon. Deswegen schieben wir nochmal nach oben. Das heißt, er müsste jetzt in der Formation, also der weiße Punkt ist Gerogon und der Punkt rechts neben Gerogon wird dann Minsk sein. Die beiden Frauen halt in der zweiten Reihe. So kann man die Taktiken hier auch benutzen. Wobei wir genauso gut diese Keilformationen nehmen könnten, wenn wir nur Gerogon als Kämpfer hätten. Aber das ist hier alles viel zu eng für sowas. Also, im Moment hat keine Falle gefunden. Also öffnen wir die... Ah. Also versucht, immerhin die Tür zu öffnen. Der Mechanismus, der hierfür verantwortlich ist, ist nicht mit einem herkömmlichen Schloss gesichert und vermutlich gegen einfache Zauber geschützt. Schade. Das heißt, wenn wir hier lang gehen würden... Was machen wir da einfach mal? Wir gehen noch kurz zurück. Gehen hier in den Raum, wo die Mephils herkamen. Gucken wir, ob vielleicht irgendjemand bei den Zählen aufgetaucht ist, der gezaubert hat. Und wenn nicht, schauen wir hier lang, ob wir vielleicht da durch die Tür da hinten umgehen können. Also darum, darum, darum. Ah, der Schutz gegen Böse ist schon wieder ausgelaufen. Das hält nicht besonders lange, wenn Gerugon das spricht mit seiner Fähigkeit. Was übrigens keine priesterliche Fähigkeit von ihm ist, also kein Zauber. Das ist eine Fähigkeit, die durch seine Baal-Kräfte entstanden ist. Das haben wir im Laufe des ersten Abenteuers mitbekommen, dass nach und nach Gerugon immer mehr Sachen konnte, die normaler Mensch halt nicht kann. und weswegen er auch skeptisch beäugt wurde. So, du suchst schön weiter nach Wallen. Ah, noch eine Tür und die wird wahrscheinlich dann auch versperrt sein. Guck mal. Ja. Der Mund versucht das Gleiche. Ja, kommen wir nicht durch. Schade. Aber was für ein Raum ist das, wenn... Hier sind doch solche Vertiefungen. Also das scheint ein Plumpsklo zu sein. Und das fließt dann runter in diesen Raum. Oder kommt es von diesem Raum und fließt da runter. Eher andersrum, hm. Das heißt, das ist die Kloake. Ah. Ein Kanalisationseingang. Das wäre auch eine gute Fluchtmöglichkeit. Wir müssten nur erstmal einen Weg finden, die Tür zu öffnen. Hm. Ja. Also die Tür ist versperrt. Hier ist nur ein Golem, der nichts tut. Der Magier hat sich nicht mehr blicken lassen. Und wir sind jetzt schon eine gute Weile hier am hin und her laufen und gucken und machen. Also es könnte jetzt schon sicher sein zu schlafen. Hm. Ja, wir sollten das riskieren zu schlafen. Denn wenn hier in diesem letzten Gang, der uns noch bleibt, Magier auf uns warten, dann sollten wir so gut wie möglich vorbereitet sein. Das heißt, wir... Ja, wir nehmen diese Ecke hier. Wir schlafen einfach hier in der Ecke. Minsk und Gerugon halten jeweils Wache. Die Damen können sich ein bisschen ausruhen. Das wird eh nur so sechs bis acht Stunden dauern. Also Schlaf. Ich muss zugeben, ihr habt wirklich Mut, an einem Ort wie diesem zu schlafen. Wäret ihr nicht hier. Ich wäre schon längst schreiend davon gelaufen. Ja, mit Mut hat das wenig zu tun. Eher Verzweiflung und die Hoffnung, dass der Magier von diesen Dieben zu sehr abgelenkt ist. Dass wir hier rasten können. Es ist einigermaßen sicher. Niemand hat ernstlich den Reeds von unserer Flucht genommen. Was sehr, sehr komisch ist. Also, wups, wir hatten da auch noch so ein Balkind in dem Käfig liegen. Das... Hm. Es scheint, dass wir nicht wichtig genug sind, um sich wegen uns den Kopf zu zerbrechen. Das Ganze liegt mir einfach nicht so wie euch. Wegen Gorine sind wir uns ähnlich. Aber mir ist es lieber, im Hintergrund zu bleiben. Deswegen ist sie auch wahrscheinlich Diebin geworden. Jedenfalls zu Beginn. Und wir eher ein Kämpfer. Hm. Das mag eure Vorliebe sein. Ich bevorzuge es zu führen. Da wir gerade bei dem Thema sind. Wir sollten weitergehen. Es ist ein wenig Barsch. Also, Imorin versucht gerade, wieder ein wenig Nettigkeit und Freundlichkeit in unser Leben zu bringen. Aber es ist nicht die Zeit dafür, Imorin. Es tut mir leid. Wir könnten jetzt nett sein und über die Vergangenheit noch reden. Und über Gorine, unsere Kindheit in Kerzenburg. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir mussten rasten. Du musstest meditieren. Sie musste auch ihre Zauber zurechtbekommen. Aber da haben wir jetzt keine Zeit für Palava. Also, wir sollten weitergehen. Ja, ihr habt recht. Ich will keine Sekunde länger an diesem Ort bleiben, als ich muss. Mein Kopf tut immer noch weh. Es ist nicht gut, wenn das jetzt schon nach sechs, acht Stunden rast, immer noch so weh tut. Und ich bilde mir ein, in jeder Ecke schreckliche Dinge zu sehen. Das kann aber auch gut sein, dass wirklich schreckliche Dinge da sind. Das sollten wir nicht außer Acht lassen. Ihr wisst, dass wir nicht einfach von hier weg spazieren können. Der Kerl, der uns gefangen nahm. Er weiß über uns Bescheid. Er sagt etwas über ein gewaltiges Potenzial. Er sagt etwas über eine große Kraft. Ja. Gerogon, bitte sag, dass wir nicht mehr zurückblicken. Es ist mir egal, ob er die Macht entfachen kann. Dann den Zugang zum Blabla-Avatar-Krempel bekommt. Oder was auch immer. Wir müssen all diesem Tod entfliehen. Also, wir wollen nicht unbedingt das Dunkle und uns entfachen. Wir wollen die Macht nutzen für Gutes. Das haben wir bisher ja auch getan. So konnte Gerogon zwar über die Schutz vor Bösen sprechen auf die Gruppe. Das war ja nicht unbedingt etwas Böses. Es hat der Gruppe geholfen. Es hat uns geholfen. Es war keine schlimme Tat. Das heißt, er hätte schon gerne so hingehen mehr Macht. Aber nur für Gutes. Er würde aber niemals seine Freunde verraten, um mehr Macht zu bekommen oder irgendwas dergleichen. Das widerspricht seinem Charakter. Er ist und bleibt rechtschaffen gut. Wobei das leicht schwanken könnte. Und er ist stinkig. Sehr stinkig sogar. Deswegen hat er ja auch gesagt, bei dem Djinn oder was auch immer das war, dass er seinen Zorn zu spüren bekommt. Denn Gerogon ist sehr zornig momentan. Und ungehalten. Das heißt, wenn wir unseren Gastgeber finden, dann würden wir ihn auch zur Rechenschaft ziehen wollen. Wir wollen jetzt nicht einfach nur unser Leben weiterführen und hier weggehen. Was immer und wohl ganz gerne würde. Wenn es nur mich betreffe, würde ich vielleicht wissen wollen, was er will. Aber ich kann es nicht verantworten, dass euch weiteres Leid eingetan wird. Das klingt sehr, sehr nett. Und sehr, sehr brüderlich. Also im Moment ist ja quasi eine Schwester für uns. Weil wir mit ihr zusammen in Gerzenburg aufgewachsen sind. Aber sie ist ebenfalls wie wir eine Weise. Also wir wissen nicht, wer ihr Vater und ihre Mutter ist. Zu diesem Zeitpunkt. Falls er etwas entdeckt hat, das mir nützlich sein könnte, kann ich ihn vielleicht dazu ermutigen, es herauszurücken. Das würde er nicht wirklich tun, denke ich. Aber wir würden ihn gerne zur Rechenschaft ziehen. Na gut, nehmen wir die zweite Antwort. Wenn es nur mich betreffe, würde ich vielleicht wissen wollen, was er will. Aber ich kann es nicht verantworten, dass euch weiteres Leid angetan wird. Das meinen wir nicht ganz so. Aber wir wollen diese Situation erstmal immerhin bestärken und beruhigen, dass alles gut wird. Aber wenn wir die Möglichkeit bekommen, unserem Peiniger entgegenzutreten und ihm sonst wo hinzutreten, dann werden wir das tun. Anstatt zu fliehen. Das höre ich gerne. Aber ich bezweifle, dass er es gut mit euch gemeint hat. Er hat euch diese Messer genauso wenig erspart wie mir. Kommt schon. Lassen wir diesen ganzen Schatten hinter uns. Ja, Messer ist ein gutes Thema. Guckt euch mal Immoen an. Da. Und da müsste auch irgendwann eine Narbe sein. Also er hat ein paar Narben davongetragen im Gesicht und wahrscheinlich auch am Körper. Warum auch immer Immoen der Magie das genau getan hat. Immoen angetan hat. Und wir wahrscheinlich auch. Aber man sieht es halt auf dem Porträt nicht.